Es ist wirklich höchste Eisenbahn. Sofort einloggen, denn heute gibt es eins der krassesten Items aller Zeiten bei Reda. Und das Ganze natürlich nicht für Echtgeld, sondern für kostenlose Ingame-Währung. Jo, jetzt geht's los hier, würde ich sagen. Liebe Leute, mein Name ist immer noch Nahtfrag und hier geht's immer noch rund um Assassin's Creed. Also bleibt gern auch hier mit dem Abo mit dabei. Heute bei Reda, eines der krassesten Items aller Zeiten und zwar eine Friseurschere. Nee, Spaß. Es ist natürlich die Einherjahr-Hose. Das ist das zweite Mal, glaube ich, dass wir ein Einherjahr-Item bei Reda haben. Vielleicht sogar schon das dritte Mal. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall schon mal zugeschlagen. Und das Einherjahr-Set, in diesem Fall die Buchse, ist eines der krassesten Items aller Zeiten. Das Einherjahr-Set, eigentlich das beste Set im Spiel oder eines der allerbesten Sets im Spiel. Wenn ihr den Zweier-Set-Bonus habt, dann seid ihr offiziell Kings oder Queens. Angriff wird nach jeder Tötung erhöht. Dreimal stapelbar und das Ganze geht dann hoch auf bis zu 30 Angriff. Drei Kills, 30 Angriff mehr. Hast du eine schnelle Waffe wie ein Dolch, ein Flegel. Dann ist das komplett broken, komplett OP. Du musst nicht einen Attentat machen, wie zum Beispiel bei der Hoodoo-Volk-Rüstung. Die ist auch sehr, sehr gut. Aber es reicht tatsächlich einfach mal ein Kill zu performen, damit eben dieser Bonus progt von der Einherjahr-Rüstung. Das ist wirklich meiner Meinung nach die geilste Rüstung im Spiel, weil sie einfach bedenkenlos gut ist. Du kannst Angriff immer gebrauchen, ausnahmslos. In der einzigen Situation, wo sie nichts bringt, ist ein Bosskampf, wo es keine zusätzlichen Gegner gibt. Das heißt, wo du niemanden töten kannst, außer den Boss. Und der Boss ist halt meistens hart. Da bringt sie nicht so viel. In allen anderen Situationen absolut krasse Empfehlungen. Dass das hier im Shop ist, das ist ja wohl wirklich meine absolute Größzügigkeit von Ubisoft Kappa. Sollte man auf jeden Fall zuschlagen, wenn man Fan von Töten ist. Also wenn ihr sagt so, ich bringe gern Gegner in Videospielen um, dann braucht ihr das. Wenn ihr sagt, ey nö, ich mach das Ganze diplomatisch, dann ist es nix für euch. Für alle anderen wirklich eigentlich ein Pflichtkauf. Wer da nicht zuschlägt, der ist selber schuld. Und ja, was gibt es eigentlich hier an Herausforderungen noch? Die laufen wahrscheinlich noch hier bis Donnerstag. Ah ja, ich kann mir hier noch was Schönes abholen. Das habe ich mir schon längst abgeholt. Naja, wie auch immer. Oh, das war vielleicht nochmal hier so ein weiterer Bonus. I don't know. Ist ja auch egal. Haut noch rein. Bis Donnerstag habt ihr noch Zeit. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer nicht lang schnacken. In Koppelnacken, perfektes Wetter heute. Das heißt, ich hoffe, ihr grillt an. Ich habe gestern schon mal gegrillt. Ja, das war sehr, sehr chillig. Und ich freue mich richtig, wenn Sommer ist. Und wir ein bisschen Ruhe von der ganzen Scheiße haben. Dass man vielleicht sogar mal ein größeres Grillfest irgendwann mal wieder in seinem Leben erleben kann. In diesem Sinne wünsche ich euch den besten Tag aller Zeiten. Ich hoffe, ihr habt einen leckeren Döner gefrühstückt oder so. Falls nicht, dann pfeift euch noch einen rein. Und natürlich hier die Glocke. Das war legendär. Bis später. Euer Peter.